echter patientenfall heute mit dem thema essen und nicht richtig durchschlafen gibt es da einen zusammenhang ich bin die ruse fröhlich eure ernährungstante diätassistentin mit kassen zulassung und eigener praxis denkt dran plus weg abonnieren je nachdem wo ihr mich seht auf dem kanal also zurück zum patientenfall es kam eine patientin die mit ihrem lebensgefährten und die hatten festgestellt aufgrund dessen dass sie längerfristig diät und ähnliches gemacht haben also mahlzeiten weggelassen und zwar waren die mit drei mahlzeiten keine zwischenmahlzeiten ab 18 uhr nichts mehr essen was man immer alles so hört und macht unterwegs es war so dass sie die schwierigkeit hatten dass das gewicht im stillstand war und wir dann so ein bisschen geguckt haben was verändern können thema eiweißreich und was sozusagen an mahlzeiten reingeht also drei wollten sie auf jeden fall haben und die konnten sich auch gut eine kaffezeit vorstellen aber wir haben gesehen dass der zeitintervall den morgens hatten aufgrund von früh aufstehen und arbeitstaktung dass sie dort manchmal gar nicht gefrühstückt haben oder eben erst überhaupt sehr früh und dann sehr lange gar nicht und ab 18 uhr gab es auch nichts mehr zu essen und dann waren die so ein bisschen low carb auch unterwegs und es kam bei beiden hoch dass sie zwischen zwei und vier uhr nachts wach geworden sind und zum teil sehr häufig nicht schlafen konnten und nicht wieder eingeschlafen sind ich habe dann erklärt diese geschichte zwischen zwei und vier uhr oder ein und fünf uhr sind die intervalle wo die leber sich in der nacht zurück meldet die ja dann zucker produziert wenn ich aber tagsüber längere nüchtern phasen habe was auch beim intervall fasten bei low carb passieren kann dass die leute alle essen weglassen das hat das ehepaar in diesem fall vorher auch ausprobiert da war es so dass an der stelle tatsächlich heraus kam dass die wegen dieser langen nüchtern phasen und es zu wenig essen es wurden insgesamt auch zu wenig kalorien gegessen und auch zu wenig eiweiß gegessen weshalb das gewicht im stillstand ist und wenn ich diese langen nüchtern phasen habe führt es dazu dass es sein kann dass ich nachts wach werde und dann nicht durchschlafen kann wir haben dann sozusagen geguckt dass die frühstücks geschichte ist die konnten sich vorstellen zwischenmahlzeit einzubauen die haben dann die drei hauptmahlzeiten haben eine vormittags zwischenmahlzeit gemacht die eiweiß reich ist und haben dann also brot und käse zum beispiel die haben geguckt dass sie quark und joghurt mochen die es war aber auch die struktur des partners dass da die überlegung war auch lieber frischkäse zu nehmen käse würfel das heißt sie haben die eiweißquelle versucht einzubauen haben dann auch die nachmittags mahlzeit von kuchen eher auf eiweiß reiche sachen also mal den quarkkuchen mal den frischkäse kuchen das mochten die sehr sehr gerne konnten sich aber auch vorstellen so eine art porridge mit joghurt quark gemixt haben aber auch überlegt hüttenkäse als nachmittags mahlzeit zum beispiel mit obst oben drauf fanden sie super gut war so also deren ding das heißt die eiweißquelle eingebaut und wir haben nach 18 uhr das nicht essen danach rausgenommen haben noch eine spätmahlzeit eingebaut also die haben sehr gerne käse gegessen haben sich dann überlegt okay wir können uns käse würfel gut vorstellen mit ein bisschen obst oder haben überlegt ein bisschen salami sticks zum beispiel gibt ja diese kleineren dass man die kombiniert oder die konnten sich auch vorstellen gekochten schinken zum beispiel eine scheibe gekochten schinken dann in frischkäse eingewickelt und dann als kleine röllchen gemüse jeweils dazu auch bei der käse palette also bei dem teller voll käse oder brett mit käse würfeln drauf war die überlegung auch ein bisschen obst dazu und vielleicht dann auch die variante natürlich auch mit dem gemüse oder gemüse mit kräuter quark und vielleicht wenn es ein bisschen um kohlenhydrate auch ging habe ich gesagt kann man auch mal so eine kleine hand voll salzbrezel oder salzstangen nehmen wenn ich in die salzstangen reingreife und sozusagen einmal mit zeigefinger und daumen so eine portionsmenge nehme dann sind viele schon total glücklich die brezel und salzstangen führen dazu oder auch das brot oder brothäppchen dazu dass wieder ein bisschen kohlenhydrate rein kommen aber auch der körper die energie also mit deren kalorienbilanz fehlte das tatsächlich und ihr glaubt es nicht die sind nachher konnten wieder besser durchschlafen also ich habe dann 14 tage später eine rückmeldung gehabt haben einen telefontermin und videotermin gehabt und beide haben gesagt dass sie wieder besser durchschlafen also dass sie nicht mehr nachts wach werden das ist erklärbar mit den kohlenhydraten wenn wir nämlich zu niedrig sind da gibt es untersuchungen auch bei patienten mit begräne und kopfschmerzen dass die blutzuckerwerte runtergehen wenn wir zu wenig essen und auch zu wenig kohlenhydrate essen oder wenn der intervallzeitraum zu lang ist dann ist es so also wir zu lange nichts essen oder zwischen den mahlzeiten zu lange phasen haben und nichts essen dann kann es sein dass wir nachts wach werden zwischen häufig zwei und vier uhr oder eins und fünf uhr und in dem moment die leber versucht ersatz sogar zu liefern das tut sie auch in der nacht damit wir am ende nüchtern am nächsten morgen aufwachen können und der blutzucker ist ja nicht gleich null sondern die leber fängt an uns energie zu liefern damit wir aufstehen können weil ja ihr kennt das ja augen müssen sich bewegen die organe müssen versorgt werden und um aus dem bett zu kommen ist auch die muskulatur nutzen und deswegen gibt es nachts eben diese energie damit wir sozusagen wir sind ja auch nicht im dornröschenschlaf unterwegs sondern wachen dann ja irgendwann wieder auf und die organe sollen ja auch funktionieren und die muskulatur und die nerven und ja da wird immer häufig nicht so drüber nachgedacht dass der körper eben tatsächlich auch energie braucht um sozusagen überhaupt in gang zu kommen also quintessenz der geschichte ja schlafen aufwachen kann damit zusammenhängen in der nacht dass ich tagsüber nicht genug gegessen habe also wiederum essen einbauen gut ausgewählt dann funktioniert das häufig sehr gut und ist ein riesenthema also essen nicht vergessen ganz liebe grüße zu euch ich freue mich über eure kommentare wie geht es euch eigentlich mit dem schlafen ja schreibt mir das einfach gerne wenn ihr hilfe braucht meldet euch gerne könnt ihr in die ernährungsberatung gehen und ich freue mich über eure kommentare ganz liebe grüße zu euch und einen guten schlaf